Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Mantafahrer und ein E-Rolli-Fahrer treffen sich an der Kreuzung. Mantafahrer kurbelt das Fenster runter und sagt, hey, wie schnell fahren denn dein Flitzer? Sagt der Rollifahrer, ungefähr 6 kmh, sagt der Mantafahrer. Was? Da kannst du jetzt Fuß gehauen! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe euch hat er gefallen. Egal ob ihr Mantafahrt oder nicht. Lasst mir bitte einen Daumen hoch da und schaut auf mabacher.tv der Facebook-Seite vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und nicht vergessen, Lachen macht lustig.